Herzlich Willkommen bei EXPERT. Heute stelle ich Ihnen die WM14S4ED von Siemens vor. Dabei handelt es sich um eine 8 Kilo Schonwaschtrommel. Das Gerät verfügt über ein übersichtliches Display. Die Temperatur und die Schleuderzahl sind individuell einstellbar. Mit der Funktion SpeedPerfect verkürzen Sie die Waschzeit und mit der Funktion EcoPerfect waschen Sie stromsparend. Außerdem ist das Gerät dreifach ART-zertifiziert. Die Schleuderwirkung beträgt 1400 Umdrehungen. Außerdem verfügt das Gerät über eine AquaStop Funktion. Das alles plus 50 Monate Garantie erhalten Sie im Angebot der Woche für nur 555 Euro.